Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TTT Trouble in Terrorist Town mit Danny, Clemens, Lobi, Akadem Fischer, David, Markus und mir, dem Luke. Wir spielen Rooftops mit zwei Traitern. Eigentlich alles wie gern. Clemens hinter dir ist ein Explosiv, was nervig aufpasst. Ich weiß, und der David kommt auf mich zu. Alter, ich bin hier, ich hink... Wenn ich sterbe, Markus. Wenn ich sterbe, älter Danny, warum rennt's mir hinterher? Geh weg, will er mit nichts zu tun haben. Das wäre mir sehr lieb. Ich, ja? Ja. Fischer. Danny ist hier bei mir. Mit einer Pumpgun auf der Map. Ich hab nichts besseres gefunden. Das ist verdächtig, Danny. Pumpgun ist verdächtig. Äußerst verdächtig. Das Ding dran, ein Explosivfuss? Alter, hier brennt's. Dein Bizeps brennt. Der leider nicht. Markus, wo bist du? Ich bin hier oben, auf dem Tor. Ich suche immer noch nach einer Waffe, die nicht mit einem Pump fällt. Hier ist der Danny bei mir. Davon hast du wieder keine Waffe draußen. Bist du? Aufpassen, da nicht. Geht er weg, geht er weg. Nicht, dass die Flammen irgendwie... Ja. Da wird. Die sind der Luft explodiert. Ach so. Ich hab mich hier in so ne leichte Patz-Situation gemacht. Das ist jetzt mit dem Fass. Das ist jetzt hier runtergeflogen. Ja, sicher macht den Schornsteinfeger. Oh ja, gut. Irgendwann wegmachen. Der geht gar nicht rein. Ich hab mir dabei gut Schaden zugefügt. Ich hab geguckt, wo Leute stehen. Danny? Ich kommst. Was? Ich glaub der Clemens hat grad irgendwas gesagt. Wo war'n der? Wo war'n der Clemens? Hat den irgendjemand von euch gesehen? Danny hat ihn untersucht. Danny war direkt an der Leiche. Ja, okay. War'n bisschen fertig. Oh Gott, ich werd grad fast runtergefallen. Danny ist Karmus oder was? Ja. Gut. Ich geh gerade mit Clemens spazieren. Ich glaub ich weiss noch wo der ist. Wo? Na, dieser Bereich, rechts vom Sniper-Turm. Ist das der Spraune da oder was? Ich seh Clemens. Okay. Was? 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 Du hast mich aber auch wieder gut auf den Spot geputtet. Ja, ich wurde angeschossen, dann bin ich einen Schritt rückwärts gegangen und dann runtergefallen. Ich glaub, ey beim Fischer, der stand die ganze Zeit still. Ich ziel auf dem sein Head, mach'n Schuss und der trifft einfach nicht. Dann kommt der zweite Body Shot. Ja, aber warum hast du nicht gesagt, dass du da die ganze Zeit abgeschossen müsst? Ich hab nämlich jemandem schießen gesehen. Der Markus hat nämlich geschossen und ich hätte ihn viel eher gekillt, wenn ich das gewusst hätte, als der auf dich schießt. Ich dachte, der schießt auf Danny. Ja, aber ich hatte auf Danny geschossen. Was? Ich dachte, der schießt auf Danny. Ist das Problem. Und dadurch hab' ich mich auf ihn geschossen. Sorry. Dadurch deine Leichen müssen schießen. Ich hätte den halt wegmachen können, den Markus. Easy mit einem Headshot. Weißt du, wie ich die Folge nenne? Leider erst so lange warten, dass ich es selbst herausgefunden habe. Hast du die Folge irgendwie Leichenschänder oder sowas? Ich wusste nicht, dass ich da abgeschossen werde von ihm. Ich hab schon passen, das Thumbnail im Kopf. Ne, der Fischer hat die ganze Zeit in Danny's Richtung geguckt. Und der hat die ganze Zeit stillgestanden und mein Schuss trifft einfach nicht. Ich bin halt einfach. Ich hab die ganze Zeit mit Clemens rausgewaved aus dem Eingang. Alter, das Horn ist gerade hochgegangen. Bin fast. Ich bin fast. 36 Leben. David mit der Shotgun hier bei mir. Ein Städter-Rawitz. Ja, ich hab keine Postgen. Ach, der Fischer auch, der Danny. Oh, by the way. Okay, Clemens ist Traitor. Hm. Gut. Clemens ist Traitor. Clemens ist kill uns da. Ah, hallo Clemens. Wie läuft's? Also, wo sind denn die Snipermann? Alter. Also, wenn ich drauf bin, dann ist der Clemens. Gobi und Markus. Ist hier echt los. Hä, der Fischer, wo ist denn der Fischer? Der war hier gerade. Ah ja, der kommt doch wieder hoch zu dir. Vorsicht. Da ist wahrscheinlich mit seiner Thumbnail. David ist Traitor. Warum? Das ist das Geist. Der hat gerade einen Disguise angeschmissen. Ich hab den erschossen. Okay, nice. Der Fischer ist der andere. Hatte gerade den Clemens gemacht. Oh, ich hab ihm gerade einen Diegelbrett gebrochen. Noch eins. Oh, ho, 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 ho. Das war die ganze Zeit des Geistes. Du konntest gar nicht wissen, was ich das will. Nein. War aber ein richtiges. Ja, das hast du aber auch schon mal David. Bei dir hab ich deinen Namen gesehen und auf einmal nicht will. Alter, die zwei Bodyshots, ne? Das hast du aber auch schon mal David. Dann hab ich plötzlich keinen Namen mehr gesehen. Dann dachte ich mir so, na gut. Dann, ne? 37 haben wir. Das wär schon ein weiterer Weg. Aber da spielt man nicht mit den Fässern. Ich hab erst letztens gemerkt. Ja, es war in der WP-Phase, wo ich damit gespielt hab. Und am Ende ist das hochgegangen. Ich weiß. Ich hab erst letztens gelernt, dass man mit dem Magnetosticker für die Leichen irgendwie mitziehen kann. Das ist viel zu geil. Du kannst die auch, was richtig geil ist. Das kannst du aber auch nur als Traitor die Leichen mitnehmen. Nein, nein. Als Traitor kannst du die mit Linksklick an der Wand helfen. Du musst als Mahn mal. Das ist richtig nice. Als Mahn? Das hätt ich mit Clemens machen sollen. Das war auch richtig genius, Clemens zu töten und dann direkt zu identen. Ja, aber maximal genius von dir, Danny. Ja, ich hab mich aber auch verklickt. Ich wollte mit dem Magnetosticker den Boden nehmen. Dann muss ich wieder carry'n. Und dann sind halt die Headshots geflogen. Ja, Mann. Aber ich hab auch gut... Ich hab alle gut auf mich gelenkt. Eno. Und noch nicht mal ne Waffe, ey. Brauchst du wieder, Eno. Noch ne Büste. Wo hab ich denn die gefunden? Luke ist es. Für mich auch. Luke ist es. Ja. Oh, 90%. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Alter, ich bin fast runtergefallen. Das ist nicht klar. Das ist klar, wie groß du bist. Wer ist da grad ins Haus reingegangen? Ich. Ja, Clemens. Luke zählt auf mich. Alter, ich geh hier kurz. Alter, hier war ich noch nicht. Fischer. Ja. Geht jetzt auch ins Haus rein. Wer schießt da einen Shotgun? Clemens, lebst du noch? Ja. Na cool, wie die Texturen einfach verschwinden, wenn du einen Schritt weiter weg gehst. So ein Fa... Fischer, du willst du bei mir? Ich hab einen Shotgun. Ich mach dich weg. Alter, mach mal das Künstler kaputt. Geh wieder weg. Ja, da bleibst du stehen mit dem Rücken zu mir. Okay, David ist glaub ich grad runtergefallen. David ist runtergefallen. Alter, David richtig schön theatralisch den Schrei. Aber durch dieses Glas hab ich nämlich deinen Namen nicht gesehen. Fischer, pass mal auf. Ich rette jetzt dein Leben. Guck mal hier. Ja, was machst du denn? Ich hab das fast genommen. Und weggeschmissen. Du schaltest genau davor. Ein Sniper hätte dich killen können. Und ich hätt auch noch kurz drauf schießen können. Alter, Fischer. Okay, Fischer. Im Haus. Alter, Danny, du warst so tot gewesen. Alter, wo ist der hin? Das Höchste ist auch das... Alter, ich war direkt hinterm Fischer, Mann. Wo ist der hin? Wer ist denn da oben? Was ist das für ein Scheiße, ey? Der kommt überhaupt nicht runter. Okay, der Fischer ist noch hier. Scheiße. Da ist er! Ich hab'n Fischer gemacht. Ich hab'n Fischer gemacht. Boah, voll runtergekommen. Ich hab' beide identifiziert. Ich bin toben. Einer von euch ist es. Gehlt euch mal bitte. Ja, es sind ja noch drei. Hä? Achso, der David lebt auch noch. Der ist nur die ganze Zeit so still. Ich glaub' nicht, dass David tot ist. Ja. Doch, David ist tot. David ist tot. David ist runtergefallen, der hat geschrien. Also ihr schießt euch jetzt endlich. Ja, okay. Ja, Clemens schießt doch schon auf mich. Wo seid ihr? Ich seh' den grad nicht. Der ist, glaub' ich, bei nem Schalterhaus oder so. Bist du sicher, dass Clemens ist? Clemens ist hier in der Mitte. Ich steh' direkt vor Clemens. Ah, sorry, 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 sorry. Ah, da bist du, okay. Du hast gesagt... Du hast gesagt, Clemens ist in der Mitte? Ja, ja. Der ist ein Stückchen weiter in deine Richtung. Ja, da jetzt. Hat jetzt ihn grad sehen können. Also ich bin das hier hinten. Ich versteh's. Das ist nicht tot. Der kommt bei dir unten hoch. Der ist jetzt bei zwischen diesen Hochhäusern da, wo du grad eben warst. Da unten. Unter dir ist der irgendwo. Da irgendwo. Ja, genau da. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Da? Ach, da ist vielleicht irgendeine Traitor für oder sowas. Keine Ahnung, man. Ne, jetzt zieht er auf mich. Der hängt da unten an der Ecke. Guck mal aus. Ich weiß aber immer noch nicht, ob es der Clemens ist. Doch, der ist es. Das glaub ich dir, aber... Lebt der noch? Ne, ich leb noch. Ja, und Clemens? Ja, Clemens lebt auch noch. Der ist immer noch da hinten an der Ecke. Ja. Ah, du bist ein Wunder, Shit. Ja, jetzt hat er mich wieder geschossen. Schön. Wie das heilt, ey. Ey, was hat dir halt so... Alter, Fischer, wo warst du? Hä? Wo warst du? Also, ich war ja durchgegangen durch das Haus. Und dachte, ich hätte ich verfolgt. Und dann komm ich zurück. Und dann hockst du in der Ecke und kämpfst gerade genau da, wo ich nicht bin. Ja, ich bin außenrum, also in dem Haus außenrum gelaufen irgendwie. Ach so, okay. Und ich bin durchs Haus und dann wieder zurück, denn gleich, wenn ich nicht gekommen bin. Das war gerade ein richtiger Fall von, ähm... Die S-Verzögerung. Keine Ahnung, du hast mich einmal angeschossen. Ich hatte noch 22 Apiere. Da hab ich gerade schon Fischer gesagt. Der zweite Schuss kam direkt hinterher und da war ich tot. Also klar, da ist dann... Was weiß ich, der halbe Sekunde ist nie mehr. Wäre der Markus der gleiche Meinung gewesen, wenn er nicht Fischer gehört hätte? Äh... Wahrscheinlich, ja. Ja doch, ihr wart doch die ganze Zeit doch schon zusammen. Relativ sicher. Ja, aber... Also ich kann's nicht garantieren, aber... Aber ich hab dein Leben gerettet, Alter. Ich hab dein Leben gerettet vor dem Fass. Konntest du mir das antun? Better. Ah, in der Zeit genug. Der Tobi ist hier bei mir. Ich geh da mit der M16. Schass. Oh, schade, ich hab was geht los. Verbrechen. Leben noch alle? War noch der Tobi bei mir? Mhm. Ja. Ich seh auch alle außer dir, David. Wenn ich sterbe, ist es wahrscheinlich David. Warum? Weiß nicht, wer ist das einzige, was den ich nicht sehe? Den Lukas seh ich jetzt auch nicht mehr. Der schießt die ganze Zeit die Fässer hier auf dem... Nein, jetzt seh ich dich wieder. Ich seh den... Fischer. Den Lukas seh ich nicht mehr. Lukas, lebst du noch? Ja. Hallo. Und Danny nicht. Wo ist Danny? Was ist mit mir? Hallo. Was ist mit mir? Markus, warum willst du denn alle im Blick haben? Weiß ich nicht, weil ich dann weiß, wer wen tötet, ne? Vielleicht bist du auf irgendeinem Dach und... Alter. Wenn du mich jetzt töten willst, dann tu es. Los, Alter. Alter, nein. Los. Danny ist, glaube ich, gerade runtergefallen. Lebst du noch, Danny? Alle so schöne Nades liegen wie eine Disco. Ich glaube, der Danny ist gerade gestorben. Danny? Nee. Aber durch Falscharten, ja. Oh, aber was? Du kommst zu dir! Alter, wer hat denn die Nades geschmissen? Der David natürlich. Der David hat sich aber noch gewarnt. Aber das macht dich jetzt nicht unbedingt, äh... Ich hätte natürlich den Hans sagen können, dann wärst du nachher runtergefallen. Könnte auch der Lukas gewesen sein, den hab ich keine Ahnung, wo er ist. Der Rest von euch? Was? Könnte ich gewesen sein? Ja, der Danny. Nö. Wunder nicht. Den ist runtergefallen, glaube ich, so dass du... Ja, ich glaube es auch, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch die Erschreckung gewesen sein, weil da jemand war. Was? Dements hat mich abgeaimt. Aber selbst dann wär das kein Beweis, dass ich Traitor wär. Du weißt erst gleich, wann bist du auf dem großen schwarzen Haus am Hintergrund? Und hinter dir. Ach, da bist du. Mach das fast kaputt. Obwohl ich da in der Nähe stehe, machst du das fast kaputt. Alter, David. Du schmeißt ne Nate nach mir, du schießt fast kaputt, was in meiner Sicht ist. Nö. Du bist doch auch weggegangen. Ja, aber... Clemens ist es für mich. Ja, dann... Du bist es für mich. Ich riskiere das Minus-Kammer. Ne, was ist da jetzt genau vorgefallen? Ich vergatt fürs Ablenken auch. Ach, der Fischer ist richtig am abschneiden, Alter. Der steht so still, Mann. Der hat absolut keine Angst, der Fischer. Ja, aber du versuchst ja wohl dein... Das wüsstest du gerne, ne? Ja. Hab ja noch keinen getippt. Geht's auch weg von dir. Hast du keinen Bock von dir auf Schau'n? Noch keinen, ne? Der Fischer steht so unängstlich da. Alle anderen stehen... Wir sind ständig in Bewegung. Der Fischer ebt mich doch gerade richtig exklusiv. Ja, das macht er die ganze Zeit schon. Ja, ich warte, dass du schießt. Sagst du, ich mag das Clemens. Ich werde's sehen. Lebt der Clemens noch? Ja, der lebt noch. Das sagst du. Oh, er ist ab. Und da wird seine Reichweite. Oh, der Fischer hat seine Position geentraten. Der hat mich ja so darüber aufgeregt, dass ich... Ja, du schmeißt ne Nate in meine Richtung. Ja, aber alles hab ich vorher angekündigt, bevor es überhaupt... Wo ist der Fischer? Ja, die Nate ja wohl... Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Ja, okay. Der Fischer ist tot. Du bist es sowas von. Clemens ist es, Alter. Hä? Wie ist das? Der Fischer wurde wahrscheinlich erschossen und ist runtergefallen, seine Leiche. Würde ich tippen. Danny ist auch tot, ne? Macht mir langsam aber sicher ein bisschen Angst. Wo lebt denn jetzt überhaupt noch alles, der David? Ja, der David kommt jetzt grad so spannend. Ich komme von mir rüber. Ja, da wurde... Okay. Da wurde er auf mich gesnipen. Aber ich war's nicht. Ne, du warst es nicht. Das hab ich tatsächlich gesehen. Aber das ist Clemens. Hat denn ne Rifle? Ja, der Lukas auch. Ja, ich bin's aber nicht. Ich hab aber keine Ahnung, wo du es machst. Außerdem auf dem Mapier hat doch fast wieder ne Rifle. Das ist halt Clemens. Es ist Clemens. Es gibt nicht so viele Angles, von denen das gewesen sein konnte. Deiner ist einer, aber du warst es nicht. Es war halt, äh, bei mir... Es war... Ja, wer ist das da unten? Ja, das ist Clemens. Ja, das bin ich. Ich bin gerade von 9. Nein. Das ist unwahrscheinlich, dass du es machst. Weil die Distanz... Also deine Richtung passt halt als Einziger, ne? Wenn du nicht da jetzt in der Gegend irgendjemand findest, dann bist du es gewesen. Lukas, lebst du noch? Das ist Clemens. Haben wir überhaupt schon Trader gefunden? Wir haben nur nicht eine... Ne. Das macht euch immerso wahrscheinlicher, ne? Ja, da war schon wieder ein Schloss von da drüben, okay. Ja, und ich hab auch gehittert. Ne. Das macht euch immerso wahrscheinlicher, ne? David, falls du kein Innocent bist, dann geh mal zu diesen Hochhäuser-Dingern da. Von da kam der Schuss auf mich. Wenn du nicht Innocent bist, dann fick dich halt. Da war... Lukas ist es. Hm? Lukas. Interessant. Aber es geht nirgendwo hin, der hat keinen Kopf, ne? Also sind es nur noch wir beiden, oder was? Ne. Also muss ich dir jetzt in einen MLG-Headshot setzen? Leben gewasst, der offensichtlich... Ja, es sind nur noch wir beide. Der offensichtlichste Traitor, den es je gegeben hat. Alter. Aber ihn hat keiner gemacht. Aber ihn hat keiner gemacht. Wie habt ihr euch denn alle holen lassen, Mann? Nö. Nö, niemand hätte sich darüber ausgedeckt. Nur der Traitor legt sich darüber aus. Allein die erste Nate. Die war angekündigt. Die war nicht angekündigt. Ich hab mich nicht holen lassen. Die wurde geschmissen. Und kurz... Ja, weil ich dich gar nicht so hochgegangen ist. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab ganz kurz woanders hin. Ich hab da guckt, Fischer. Ich hab da links irgendwo zum Helipat hingeguckt. Und dann auf einmal warst du einfach weg. Der Fischer ist halt so schwer. Der Markus hat ja echt richtig gemacht. Der ist nie stehen geblieben. Ständig hin und her gestrayt. Ja, und der Fischer hat die ganze Zeit still gestanden. Das war halt ein Freaky. Ja, ich hab mir schon irgendwie so... Ich hab's im Urin, das ist der Lukas. Ja, dann bleib halt hier stehen, Mann. Ich war mir sicher. Aber ich hab... Das war ein richtig gut. Dein Timing war halt richtig lucky, Lukas. Du hast halt genau geschossen, wo ich grad mal nicht auf den Fischer geguckt hab. Aber von wo aus ich auf dich geschossen hab zum Schluss war halt auch nice. Da hast du mich halt echt nicht sehen können. Und ich glaub, selbst wenn du dann noch so MLG geguckt hättest, hättest du das nicht gesehen. Ne, am Anfang nicht. Also den letzten Zug hab ich natürlich gesehen, von wo du kamst. Ja, das war woanders. Innozent. Ich hab zum Anfang der Runde den Spider-Man gemacht. Aber ohne Netze. Inno. Ach. Bist du runtergefallen? Ja. Ja, Mann. Aber lebst du da? Ja. Luke ist hinter mir mit meinem Scout. Warte, 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 warte. Okay, 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 ich verpiss mich, ich verpiss mich. Alter, komm, ich... Alter, das ist eine Leiter, Mann. Ey, Jungs, hier ist so ein Knopf. Blablabla, Traitors, use in case of emergency. Was, wenn ich das als Inno drücke? Alter, da werd ich schon wieder gegrillt. Ja, komm. Was ist Lukas? Bin hinter dir. So, ich schieße die Scheiben kaputt. Alter, da schieße die Scheiben kaputt. Ich schieße die Scheiben kaputt. Hab ich doch gar nicht gedacht. Hey, Markus, guck vorhin. Nein, aber da schießt jemand in meine Richtung. Ach so. Ja, okay, Markus ist es nicht, ich bin's auch. Ja, Lukas ist es nicht. Alter, Danny, du hast eine Rifle. Ja, ich weiß, ich hab eine Rifle. Das ist ja nur eine fucking Shotgun. Ich hab eine Rifle und ich war hinter die. Ah ja, genau. Ich schwöre dir, ich war es nicht. Sag ich auch eine Rifle. Siehst du? Alter. Ja. Ja, okay, Danny war es wirklich nicht. Danny war es wirklich nicht. Komm hier rein, Alter. Komm hier rein. Du hast es angeschossen, oder hast du beide Fenster durchschossen? Keine Ahnung. Ach so, ich hab nämlich nur, dass das auf der anderen Seite von dem Linken, ja, das Fenster durchschossen war. Und dann dachte ich halt, dass es von der Seite, wo der David war, da drüben kam. Alter. Ah, okay. Ja. Kann man die Leiter hier runter, Lukas? Äh, probis. Alter. Ich würde gerne raus, ich würde von draußen noch was wollen. Oh Gott, ich habe es gerade so geschafft. Da schießt die ganze Zeit einer mit einer Rifle rum. Ja, wo? Ich und der Lukas waren es nicht. Ja, hier. Ja, der Lukas und ich. Alter, Danny, du weißt, dass der Traitor das hier runterfahren kann, das Haus? Als ob. Doch. Also vielleicht nicht das richtige Haus. Da lass es hier... Hier, das Haus hier, das fährt sich dann runter und dann stirbst du. Also hier ist kein Radio. Oh Gott, ich stehe direkt neben dem Explosivhaus. Aber das ist Skirtslamm, glaube ich. Ich stehe direkt neben dem Explosivhaus, Alter. Ich habe Angst. Der Luke ist da oben im Turm. Also David ist für mich, David ist für mich relativ proven. Luke hat geschossen. Luke hat mich geschossen. Was? Luke. Ja Clemens. Es kam auf jeden Fall ein Schuss in meine Richtung. Also entweder von dir. Ich habe nicht geschossen. Ja Luke, da kommst du nicht mehr raus. Okay, David ist traiter. David schießt auf mich. Alter. Ich warte jetzt ab, bis die sich treten. David lebst du noch? David ist für mich proven. Ich schieße mit auf Luke. Okay. Ich weiß nicht, ob der... Ich habe den getroffen. Ich weiß nicht, ob er lebt. Ich gehe jetzt hoch. Der Rockser ist hier unten bei mir. Aber wenn du jetzt traiter bist, dann gebe ich dir 10. Aber warum bist du angeschossen? Vertraue dir. Ich bin ich angeschossen, ich bin runtergefallen. Ich habe mich am Anfang in der Runde gesagt. Ich gucke mal, ob ich den Lukas finde. Der geht es ja nochmal hoch. Bei diesem Doppelturm. Ja, ja. Ich weiß. Alter, ich... Oh Gott. Es kam auf jeden Fall als Laufschuss in meine Richtung. Was denn? Ich sehe ihn nicht. Der ist weggekommen, der macht jetzt auf still. Also pass mal auf. Ey, das bin ich, Mann, Danny. Ja, ich habe es gesehen. Ich dachte, ich wollte hier gerade gucken, ob die Leiche hier ist. Ich habe auch extra gewartet. Okay. Der ist hier... Tobi. Hm? Der schießt... Der guckt ja aus dem Fenster, hat er gerade mich angeguckt. Alter. Ja. Ja, aber wer ist der Zweiter? Warum? Ich habe... Ich wusste nicht, wo ich lange gegangen bin. Wer ist hier? Wer ist das? Das ist da oben eine Leiche. Fischer, bist du das? Ne. Markus, bist du sowas? Ja, ich habe doch nach Lukas gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Da ist das. Nein, da ist keine Leiche. Pass auf, dass ihr euch zwischenzeitlich von dem Zweiten holen lasst. Ja. Wenn ihr lasst irgendwo eincampen. Ja, okay. Wie gesagt, der Roxo war hier hinten bei mir in der Richtung. Ja. Ja. Der Lukas ist ja auch weg. Das seid ihr bei dir. Das ist Danny und das bis... Ja, das ist immer der Angeschossen. Das ist früher das. Ja, eben. Warte, dann gehen wir da nach hinten. Was denn mit der Hütte? Weil die geht durch. Clemens. Das bin ich. Bist du Clemens, geht da weg. Da, in dem Haus. In dem Haus da ist Tobi, glaube ich. Alter. Boah, Danny. Du leckst gerade maximal. Ja, ich hatte gerade kurz einen Leck. Wo bist du? Ja. Ach. Da ist jetzt hier David und Danny. Ja, genau. Also da geradezu in dem Haus ist der Tobi. Okay, David. Komm mit, komm mit, komm mit. Warum verrätst du das? Ich hab keine Ahnung. Komm mit, ich weiß, wo wir hingehen. Da oben auf dem Turm. Wer ist das? Wo bist du? Du mal noch, okay. Ja. Hier oben? Äh. Nein, nein, runter, runter. Rechts runter. Entweder hab ich da keinen Namen gesehen, oder es war das Geist. Ich schieß jetzt einmal in die Luft. Ich schieß jetzt einmal in die Luft. Okay. Da am Fenster. Oh Gott, da will ich aber nicht runterspringen. Vorsicht, David. Aua. Also ich glaub definitiv Lukas und Tobi. Ja, ich bin immer noch hier. Und der Lukas hat sich aber immer noch nicht gezeigt, das ist auch ein bisschen komisch. David, David. Da, hö. Wo? Ja, das war eindeutig. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Ah, ich wurde angestellt. Ja, geil. Na, super. Also ist es Luke, oder was? Ich hasse Treppen rum im Spiel. Ja, scheinbar. Ich bin jetzt hier mit 10 HP irgendwann rum eiern. Alter, wo hat er sich verschanzt, der Luke? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nur, dass ich genau noch einen Schuss brauche und dann bin ich tot. Keine Ahnung, dann sieht's mir das aus. Alter, ihr seid so unfassbar oben. Ich hab es doch geschrien. Pass auf, ich sag jetzt erst mal 5 Sachen dazu. Das erste, Clemens, der wieder die perfekte Steilvorlage liefert für die Traitor. Luke schießt auf mich, komplette Bullshit. Der David, der da sofort 100% drauf springt. Überhaupt nicht auffällig, ne? Auf so'n random, dass Clemens sagt, ich glaub, der hat auf mich geschossen. Dann so, ja, okay, der ist sofort genug Zeit für mich, Luke, da kommst du nicht mehr raus. Überhaupt nicht auffällig. Ja, es kam aber ein Scoutschuss und ich war an der Ecke kurzsichtbar und eigentlich nur für dich. Ich hab ein Radio gepaced gehabt. So, und damit, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.